WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Das war jetzt aber gemein Ach, schon Cool, zack Ich denke mal, wir müssen jetzt Macht auch schon Also, ihr habt ja gesehen Das mit der Stase hat sich ja übrig Wir brauchten gar keinen Stase Ach Ach ja, ist das alles uffringend hier Gegner Isaac, du bist fast da Du musst die Energiezufuhr zur Brücke wiederherstellen, um den Market zu bewegen Sieh dich nach einer Kontrollstation am Ende der Wartungsröhre um Ja, genau Also, ich finde zweimal besonders gut Also, ich finde zweimal besonders gut Ja So, jetzt noch Den Kommen wir zum Schiff Oh Stopp und Plasma-Energie Und keine Ahnung Und hier und da Ach Alles uff eh mal bei dem Spiel, ey Mensch Gaaaanz viele Medi-Picks Und da man die 100.000-Könste geknackt hat Man bestimmt schon mal Ich hab keine Ahnung Wir haben ja 10.000 mal Flammenwerf-Amonie Ja komm Geht auch ein Glück hier So Dann wollen wir mal gucken Hey Warum Ist die Steuerung hier für die Brücken kaputt? Na klasse Egal Gehen wir einfach mal Hier rein Eintritt Schwerelosigkeit Ah, cool Hüpfen wir einfach meins nichts Hä? Ich weiß ja nicht wie es bei euch ist Leute Aber wenn ich hier in so Runden Dingern bin Ich verliere irgendwie sehr leicht den Überblick Ich glaube die ganzen Dinger die liefen irgendwie noch Und dafür brauchen wir glaube ich Stase-Module Ja genau, Remma vorbei Gehen wir einfach mal Überzerstücke die Körperteile Heee Wetten wir jetzt Wird Ventilator und so wieder alles angeschmissen Wer darf denn damit klarkommen? Komm Scheiße Egal, wir hüpfen jetzt einfach mal Egal, wir hüpfen jetzt einfach mal Wird schön schief gehen Warum können wir jetzt da nicht springen? Komm Ach Müssen wir erst Ich will jetzt aber auch kein Stase-Module verwenden Also Fakt ist, dass wir da ja durch müssen. Warum können wir jetzt nicht springen? Ja genau Isaac, du blöder Vogel. Genau, entschießen wir noch dann. Jetzt wird sie mich wirklich verarschen. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Sehr viele Propeller dürfen jetzt allerdings auch nicht kommen. Weil ansonsten wäre ja doof. Okay, ein bisschen schief und so. Ja, wie kommen wir jetzt nach der Tür? Einfach mal. Okay, vielleicht so. Ende der Schwerelosigkeit. Oh nein. Ja genau. Was zum Teufel? Ja genau. Ja. Ja, ja. 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 Das funktionierte nicht. Das funktionierte nicht. Aha. Das funktionierte wohl. Das ist ja ein lustiger Bug. Brücke, zerstöre ihn. Blöööö. So. Stase einmal auffüllen. So viel zu... Wir haben ja fast keine Stase im Spiel benutzt. Ganz für Munition, so, zack, sooo, ja, tut euch. Natürlich müssen wir jetzt hier auf die andere Seite, weiter klar. Jetzt hier wieder auf die andere Seite. So, und bevor es jetzt hier weiter geht, machen wir jetzt hier einen Cut. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.